Hallo, hier ist der Martin von Manne Mankees. Das ist die DAX-Handels für Montag, den 2.3.2020 und damit den ersten Handelstag im März, nachdem wir im Februar wohl mit einem der schlechtesten Börsenmonate überhaupt im DAX gesehen haben. Also 15% fast. Ich glaube, es war nicht ganz in der Woche, aber 12% waren das bestimmt, 15% vom Hoch runter. Das ist schon ordentlich. Also da lieber einmal mehr in die Tüte pusten hier, als irgendwo panisch dann anfangen zu reagieren, weil in Panik handelt man nie rational. Also da neigt man immer dazu, dann Fehlentscheidungen zu machen. Deswegen versuchen sie sich so gut es geht aus den Situationen irgendwie rauszuhalten, damit sie stets herr der Sinne bleiben, klare Entscheidungen treffen können und vor allen Dingen auch die richtigen und vernünftigen im Zweifel halt einfach ausmachen die Kiste. Und da insbesondere diejenigen, die hier gehebelt drin rumhandeln, nicht reingreifen. Sie sehen anhand der Linien, normalerweise haben wir zwei, drei Tage gebraucht, bis wir zwischen einen und der anderen Linie hin und her gesprungen sind. Momentan rennt der quasi förmlich durch. Das heißt letztendlich, wir dürfen nicht mal mehr auf zwei Stunden Chart analysieren, müssten noch eine Zeiteinheit runtergehen. Ich habe bloß dort nichts mehr gepflegt. Also so viel Volatilität hatten wir hier auch noch nicht, muss ich so sagen. In der Zeit, seitdem wir die Videos machen, sollte das jetzt aber erstmal so anhalten und so bleiben, dann werden wir hier auch einen größeren Timeprame nutzen müssen für die Tagesanalyse. Einfach weil so viel Bewegungsspielraum drin ist. Ich würde dann da eher auf die vier Stunden tippen. Hier liegt jetzt irgendwelcher Müll drin, aber man kann zumindest die Kerzen wieder ein bisschen deutlicher erkennen. Wir können es vielleicht erstmal so jetzt mal mitnehmen, ohne hier konkret jetzt irgendwo drüber zu sprechen. Einfach um ein bisschen ein Bild reinzubekommen für das Große und Ganze, beziehungsweise für die Bewegung, die wir momentan haben. Wir haben zum Freitag ein sehr deutliches Abwärtsgap gesehen und sind hier rausgekommen um die 11.800. Und wenn man dann mal hier so eine Linie gedanklich zieht, wo der Markt eröffnet hat, muss man schon sagen, hat eigentlich eher versucht, ins Gap reinzuarbeiten als davon weg. Hat sich aber hier in so einer Spanne zwischen 12.000 und 11.57 dann relativ seitwärts gehalten. Das war auch das, was wir im Premium-Dienst da ein bisschen favorisiert hatten sogar, dass der eben zwischen der 12.009 und der 11.57 da eben eine Range baut. Warum haben wir das gesagt? Wie sind wir da drauf gekommen? Weil schon die ersten Stöße unten raus eben nicht mehr verkauft wurden, aber oben eben auch nicht raus. Und der Markt dann auch kleinteiliger, dreiwellig da angezogen ist. Das geht vielleicht jetzt fürs Video ein bisschen zu weit. Das ist aber häufig ein Zeichen dafür, dass man eben erst mal seitwärts läuft. Und das war nun zum Freitag der Fall. Und deswegen haben wir zum Montag, jetzt ist es wahrscheinlich gar nicht so kompliziert, zu deuten, denn wir können die Range schön als Basis nehmen halt. Alles, was unter der Range ist, kann es erstmal nach unten weiterarbeiten. Alles, was oben geht, oben raus halt. Das heißt, wir können jetzt hier sogar einen schönen Long-Trigger oben ansetzen, über der 12.000, ein bisschen knapper vielleicht. Hier, Sie sehen ja, wo hier die ganzen Spitzen sind. Das ist so um die 12.000, das ist gar nicht genau 12.000, das ist ein bisschen drüber. 12.20, 12.30, also geht der Markt da rüber. Wo wären dann die Ziele? Das wäre zum einen hier diese Gap-Close zum Donnerstag hin und das wäre diese lange, 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 lange Lunte hier, die von unten einmal dran geschlagen, das ist die 3.60. Und damit hätten wir Ziele von unten jetzt um die 12.1. Was ist es? 12.1 im Tief, 12.1.40. Und die 12.360 bis 12.450, das wären jetzt so die Ziele. Oben raus, wenn es den Markt über die 12.030 schiebt. Wir haben zum Freitag recht viel Momentum nochmal am Abend hochzugesehen. Der Dow Jones hat da auch 1.000 Punkte hochgeschoben. Ich hatte es auch, diejenigen, die von uns die Mails bekommen, da vielleicht auch kurz der Hinweis, man kann sich jetzt aktuell nicht mehr einbuchen. Wir ziehen jetzt gerade die Plattform um. Unsere neue Plattform, die wird dann bald die Türen öffnen. Da gebe ich aber auch nochmal Bescheid, das wird noch ein paar Tage dauern. Aber unsere alte Plattform ist jetzt quasi zum 1.3. erstmal abgemeldet. Auf der neuen wird es dann auch einen Chat und sowas geben, dass man sich auch für diejenigen, die nicht im Premium-Dienst sind, da einfach ein bisschen untereinander auch austauschen kann. Aber da erzähle ich nochmal mehr zu, wenn das dann soweit ist. Noch ist das nicht soweit. Was ich Ihnen jetzt hier eigentlich sagen will ist, wie bin ich jetzt da hingekommen? Das hier oben sind die Punkte, genau. Und genau, in der letzten Mail, die ich im Dienst geschickt hatte, die die Mails von uns bekommen, das sind ja doch einige, da habe ich auch gesagt, dass ich schon damit rechne, dass wir einen Abwärtsgap kriegen und dass das auch deutlicher sein kann, auch wenn man hier nicht sicher sein kann, letztendlich hoch wie runter, da ist alles drin, 4 bis 600 Punkte, habe ich gesagt, wäre für die Volatilität her angemessen. Und ich würde immer noch denken, wir kriegen es unten raus, das soll niemals nie sagen, aber die Wochenindikation steht auch schon wieder deutlich unter 11.800. Das heißt, wir haben Stand jetzt schon 200 Punkte hier auf dem Tacho, die nach unten drücken. Und ich fände es passend, nachdem wir hier unten so lange rumstabilisiert haben, das macht der Markt eigentlich nicht gerne. Das macht immer noch so ein Bereinigungstief. Zum Freitag sind so viele auch auf den Gap-Close rein hier. Die sind alle, glaube ich, noch im Markt drin. Die hatten wir noch nicht richtig rausgeschmissen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir noch was nach unten sehen. Dazu gehen wir jetzt auf die 2 Stunden, weil hier kommen wir unten raus nicht weiter. Beziehungsweise wir fangen vielleicht von oben an, nehmen uns den Tagesschart, machen uns hier auch mal ein bisschen was kleiner. Und sehen, hier unten haben wir noch diesen Kreuzwiderstand, den haben wir schon angesprochen, der ist um die 11.430, 11.400 rum. Dann haben wir hier noch so ein markantes Tief, um die 11.250, 11.265 ist das Tief. Das ist noch ganz interessant. Und danach wird es dann ein bisschen, naja, gibt es nicht mehr so viel. Da hätten wir dann hier unten noch so ein Gap bei 10.400. Und da sehen Sie auch hier so Freiraum. Und das heißt, hier werden sich nicht viele trauen, sich Long gegenzustellen. Und deswegen wäre es eigentlich für den Markt üblich, sich hier seinen Tief zu suchen. Der hat momentan so viel Last am Bein, so viele, die auch dagegen hauen. Das macht er dann ganz gerne, dass er gar nicht auf diesen großen markanten Leveln dreht, sondern irgendwo hier unten, wo dann keiner mit rechnet. Deswegen ist es wichtig, schön auf die Bewegung zu achten, auf die Marken, wie er sich dann auch untertäglich bewegt. Wichtig ist für uns, dass wir hier noch die Potenziale eben sehen, die wichtigen Punkte. Und ich glaube, so unter die 265, wenn er jetzt zum Montag die 400 macht, noch unten, und hier gut reagiert, dann macht er uns zum Dienstag noch einen Schlag hier unten rein und dann ist erstmal wieder Ruhe. Dann kriegt man einen 38er oder gar einen 50er zurück. Das wäre üblich. Wenn er hier einfach mal reinschlägt, hier so einen Bogen schlägt und dann hier so oben zurückkommt. Aus dem Tageschart würde ich das jetzt hier quasi so mitnehmen. Vielleicht bis 12, hier 50 ran. Die finde ich ganz interessant. Von unten kommt. Ich glaube, die wird Bedeutung behalten. Ja, zumindestens die 12.000 dann. Aber naja, schauen wir mal, wie er reinkommt. Am Montag ihn vielleicht noch ein bisschen distanziert sehen, ein bisschen abwarten, da ein bisschen gucken, was er macht. Wir haben zum Freitag schon Käufer gesehen. Wenn man die jetzt aber ins Minus drückt, kommen die auch in Bedrängnis. Also es gibt einige Titel, gerade bei den Amerikanern, die zum Freitag gut angezogen haben zum Abend, wo schon viele auf so einen Umkehr spekuliert haben. Wenn die jetzt per Abwärtsgap reingesetzt werden zum Montag, sind die unter Druck. Und wenn die unter Druck sind, müssen die auch erstmal wieder raus. Und dann heißt es erneut, eine Stabilisierung abzuwarten, sowas wie am Freitag. Ich glaube aber eher, dass es schneller geht. Also worauf stelle ich mich ein? Ich stelle mich darauf ein, dass wir Montag hier die 11.400 sehen können. Vielleicht auch die 11.600. 11.600, 11.400, das wäre, fände ich jetzt noch denkbar. Und würde davon ausgehen, dass wir zum Montag vielleicht noch keine Umkehr hinkriegen, zum Montag noch ein bisschen wackelig bleiben. Denn letzte Woche hatten nicht viele Chancen, Fehler zu machen. Also gerade Privatanleger, die die Woche überarbeitend sind, wahrscheinlich davon haben sie es gar nicht so großartig mitgekriegt. Die brauchen jetzt noch Zeit, um ihre Position zu verkaufen halt. Also die muss man jetzt irgendwie so richtig stressen und unter Druck setzen. Und das wird erst hier unten interessant halt. Wir haben jetzt hier eine grüne Tageskerze drinne stehen, wenn da noch was Rotes hinterherkommt. Sie haben es mal mitgehört. Also ich könnte es mir gut vorstellen, hier und dann hier unten 11.200. Das sind so jetzt, also das sind auf jeden Fall Bereiche, wo ich jetzt auch langsam bereit werde, wenn da ein Umkehrmuster kommt, mal Long aufzubauen. Jetzt sind ja die, haben wir die erste grüne Tageskerze erst mal drin, das ist schon mal gut. und ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier aber auch noch was sehen, noch einen Schlag unten raus. Nicht mehr weit, denn wir sind schon 2.000 Punkte gefallen. In der Regel, ich glaube, die maximale hat also schon bei 2.400, 2.600 Punkte, die am Stück läuft. Definitiv nicht so schnell, das ist nicht normal. Das hat auch, das wird auch langfristig echt Folgen haben. Also Monatschart, die können wir total über den Haufen werfen, was wir da bisher drin rumgemalt haben. Das wird noch spürbare Nachwellen haben hier. Ich will nicht sagen, dass das ein Crash werden muss, aber also wenn es sowas keinen auslöst, was dann halt, da sollte man sich schon darauf einstellen, dass das noch ein bisschen ungemütlich werden kann. Ja, ich denke mal, das wird dann kommen, sobald so ein bisschen auch die wirtschaftlichen Folgen von diesem Crash transparenter wird, sobald man auch die ersten Zahlen mal sieht, was hat denn das jetzt tatsächlich ausgewirkt, wie viel weniger haben die Unternehmen verkauft, wie viele Firmen sind durch so einen Spaß jetzt pleite gegangen und so weiter und so fort. Da wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Das wird auch immer noch mal nach unten rupfen. Jo. Deswegen, wir planen jetzt erst mal ein, hier unten noch weiter raus. Die 12600 ist wichtig und die 12400 bis 12350, die ist mir persönlich recht wichtig. Hier haben wir dann auch von dem hier, so ein 261er. Das würde mich doch sehr wundern, wenn der Markt da einfach durchfällt. Das wäre für mich so Montag quasi der Ankerpunkt. Hier die untere Begrenzung, die 430 bis 350. Ich glaube, da könnten wir gut so Montag unten einen Fuß drin finden und von dort erst mal wieder nach oben und darunter, wie gesagt, dann der Bereich um 11200. Das, was wir uns im Tagesschau gerade angeguckt hatten, das wäre dann dahingehend wichtig. Damit hätten wir das erst mal auf der Unterseite. Was wäre jetzt oben wichtig? Oben wäre wichtig, eigentlich haben wir schon drüber gesprochen, der muss über die 12.020. Schafft er das, hat er bei 12.000, ich muss echt mit den Tausendern aufpassen hier, der springt ja so durch, bei 12.150 und 12.450 bis hier die 370. Das sind jetzt die Ziele von unten, dafür muss er aber über die 12.020, dann denke ich, kann man das schaffen. Und jetzt habe ich so ein anderes gemacht für dieses große ganze Bild. Ich denke, mit dem, was wir hier sehen, ist auf jeden Fall jetzt erst mal, wir haben hier auf jeden Fall eine dreiwellige Bewegung jetzt abgeschlossen, haben hier einen deutlichen Wellenschnitt drin, das heißt, ein Impuls nach oben ist jetzt eher unwahrscheinlich geworden, dafür ist das viel zu dynamisch, viel zu impulsiv. Rein technisch betrachtet, müsste man jetzt fast so ein Flatmuster unterstellen, also typisches Doppeltop hier oben geworden. Und tendenziell hätte der Markt schon das Potenzial, auf dieses Tief jetzt erst mal zurückzulaufen. 10.200, als wenn er noch eine so in die Kerze setzt, dann wäre das schon erledigt. Schon krass, ja. Was der hier für eine Bewegung weggezogen hat, was der da vernichtet hat an Kapital, auch Wahnsinn. Aber ja, das wäre jetzt erst mal hier der Punkt. Ja, gucken Sie mal, die 11.200, die haben wir gerade angesprochen vorhin. Also das könnte ich mir, das könnte ich mir schon gut vorstellen, auf den Dienstakt. Für den Montag sehe ich eher die 11.600, 11.400, bis die 3.50. Das kann auch richtig zwirbeln. Der kann bis 12.000 von danach mal nach oben schnipsen. Also, wir haben ja momentan sauviel Volatilität. Also, da denken Sie bitte nicht zu klein halt. Also, da müssen Sie sich anpassen an die Beschwankungsbreite, die der haben kann. Und da zu sagen, hey, der Markt pro Tag 800 Punkte, das ist ja völlig geisteskrank. Nee, das kann der momentan schaffen, weil die Volatilität ist so hoch. Also, da muss man mit rechnen. Man muss damit rechnen. Und dann muss man auch die Positionsgröße anpassen, die Stoppgrößen und so weiter. Also, hier einmal drunter, das wäre jetzt auch aus der Sicht das Bild. Ansonsten ist das eine Signalkerze, ähnlich wie sowas hier. Die kommt selten alleine. Da kommt meist immer noch mal irgendwie ein bisschen Stress hinterher. Die stehen eigentlich ganz selten am Ende von, also, die können am Ende stehen, das nicht falsch verstehen. Das ist zum Beispiel eine Signalkerze in grüner Form hier. Die hat auch richtig nach oben gerissen. Und so eine Kerze, da kommt oft halt echt auch was hinterher. Man darf an der Börse nie sagen. Gibt immer Ausnahmen. Aber so wie die Kerze dasteht, würde es mich sehr verwundern, wenn der jetzt direkt wieder zurück kontert und hier wieder hochrennt. Also, das würde technisch nicht wirklich ins Bild passen. Eher, dass hier noch eine rote nach unten, jetzt noch eine rote Wochenkerze, dann vielleicht schon mal eine erste, eine Doji-Kerze daneben. Und dann könnte man mal versuchen, in eine grüne reinzugehen. Und dann würde ich aber auch hier denken, erst mal sowas in die Richtung und dann hier einen Bogen schlagen und dann vielleicht noch mal den Kringel so machen. Also so, so hier. Das wäre jetzt meine Erwartungshaltung auf große Ebene, dass es sich tendenziell schon noch gegen 10.200 schieben kann. Und das ist trotzdem eine schwierige Situation. Sowas haben wir noch nicht gehabt. Sowas krasses. Aber auch, wenn man sich andere Indizes anguckt, auch auf Monatsebene und so weiter, das, für mich sieht das eher aus, als fangen die mit was an. als war das jetzt bloß so ein kurzes Intermezzo halt. Auch hier, klasse Doppeltop. Obenrute völlig, völlig verhauen. Also uns das, was wir oben raus sehen wollten, nicht gebracht. Drei Monate lang nicht geschafft, über die 13.600 auszubrechen. Richtig abgestraft. Unteres Band. Also, der ist jetzt hier am Trigger. Geht er da jetzt noch drunter? Sehen Sie es ja, was wir für den vorgesehen haben. Richtung 10.700 und dann vielleicht sogar noch eine, noch einen Schwung hinterher. Das müsste man jetzt alles ein bisschen nach links eindrücken, dadurch, dass es zu schnell kommt. In Richtung so hier. Aber, ja, das wäre jetzt sachgerecht, um das mal so zu sagen. Ich meine, passieren kann alles und immer wieder. Aber ich stelle mich jetzt erst mal darauf ein, dass wir hier noch nach unten ein bisschen Stress sehen und würde aber trotzdem sagen, jetzt die nächste Woche Umkehr musst du genau im Blick behalten. Wir sind echt krass gelaufen. Also, da wird eine technische Gegenreaktion die Woche auf jeden Fall auch mal drin sein. Vielleicht von Dienstag bis Donnerstag. Das würde passen. Und planen sie aber trotzdem da noch ein bisschen Stress ein. Also, ich glaube, es fehlt noch so ein bisschen was um diese öffentliche, die Leute müssen, da ist noch so viel Zuversicht drin, dass man gerade günstige Kurse zum Nachkaufen hat. Und das passt nicht. Wenn die Leute da sitzen und sagen, ach, ist das geil, da kann ich ja noch was reinkaufen und dann kann ich ja günstig ausbauen. Das passt doch nicht. Die müssen Angst haben. Die müssen wirklich im Kopf denken, scheiße, der fällt jetzt bis auf 5000 runter und das fehlt einfach irgendwie noch. Also, irgendwas muss noch kommen. Und, ja, das soweit. Technisches Bild ist ansonsten relativ eindeutig und schnell erklärt. Wir haben hier eine Range, geht da drunter Abwärtsrisiko, geht da drüber Erholungsspielraum und so müssen wir es auch sehen. Ansonsten geht er wieder zurück in die Range, kann er hier auch wieder seitwärts pennen, so wie die ganze Zeit. Mehr braucht man hier eigentlich gar nicht mitnehmen. Jo, so sieht es aus. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass ich hier gut durchkomme, was mitnehmen kann und, ja, ansonsten bleiben Sie heiler. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.